Assalamu alaikum. La tansawu ala ajaba bil video wal ishtiraka fil qanah. Tashjeehan lana linastamira binashiril mazidi in sha Allah. Deutsch-Test Modell-Test Hören Teil 1 Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Bürgerservice der Stadt Klagenfurt. Wenn Sie Informationen zu unseren Öffnungszeiten wünschen, drücken Sie bitte die 1. Möchten Sie sich über aktuelle Termine aus den Bereichen Freizeit und Sport informieren, drücken Sie bitte die 2. Für andere Servicewünsche und Fragen stehen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Drücken Sie dann bitte die 3. Ich wiederhole, wenn Sie Informationen zu unseren Öffnungszeiten wünschen, drücken Sie bitte die 1. Nummer 1 Grüß Gott Frau Demprova, hier spricht Gabriele Oberhauser von der Volksbank in Linz. Frau Demprova, Sie haben ja ein Konto bei uns und da wollte ich Sie gerne über neue Möglichkeiten informieren, Geld zu sparen. Wir hätten da ein tolles Angebot für Sie. Rufen Sie mich doch einfach zurück. Es geht allerdings nur noch heute, weil ich ab morgen auf Urlaub bin. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nr. 2 Grüß Gott Herr Gruber, hier ist Karl Leitner vom Arbeitsmarktservice. Herr Gruber, Sie suchen ja eine Stelle und da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Wir haben ein passendes Angebot, kommen Sie doch bitte bei uns vorbei. Heute ist es schon recht spät, aber wir haben morgen von 8 bis 12 Uhr offen. Es wäre gut, wenn Sie das schaffen. Auf Wiederhören. Nr. 3 Werte Kunden, bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten. Heute haben wir nicht bis 19 Uhr geöffnet, sondern wir schließen heute wegen Renovierungsarbeiten bereits um 16 Uhr. Wir bitten Sie daher, Ihre Einkäufe bis 16 Uhr zu erledigen und sich rechtzeitig an einer Kassa anzustellen. Morgen sind wir wie gewohnt wieder bis 19 Uhr für Sie da. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Nr. 4 Guten Tag, Frau Lee. Hier ist Andreas Schrader vom Wohnungsamt Bregenz. Frau Lee, Sie waren ja letzte Woche hier und haben einen Antrag auf Wohnungszuschuss abgegeben. Leider fehlt uns jetzt aber noch Ihre Unterschrift. Können Sie vielleicht so schnell wie möglich vorbeikommen? Wir sind jeden Tag von 9 bis 16 Uhr für Sie da. Sie brauchen keinen Termin. Kommen Sie einfach vorbei. Auf Wiederhören. Sie hören fünf Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 Morgen scheint am Tag fast überall die Sonne. Im Osten und Südosten bleibt es aber neblig, bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Schwacher Wind aus Osten. Die Nachmittagstemperaturen liegen im Osten wie heute bei 5 Grad. Im Westen wird es morgen sonnig und die Temperaturen sind mit 10 Grad deutlich höher als heute. Auch die kommende Nacht bringt keine Änderung. Nummer 6 Unsere Tipps für Radiohörer. Heute Abend auf Radio FM. Ein Bericht über das neue Wiener Musiktheater. Wer sich für Politik interessiert, schaltet Ö6 ein. Dort läuft die Diskussion Gesundheitspolitik in Österreich. Und schließlich kommt auf Antenne 3 ab 19 Uhr Melodien von heute und morgen. Ob alt oder jung, wer Musik hören will, ist richtig bei Antenne 3. Nummer 7 Die Sonne scheint in Ö6 um 13.30 Uhr. Wien, Wohnservice zufrieden mit dem letzten Jahr. Linz, Bau der Linzer Autobahn soll beginnen. Salzburg, Theaterfest ein großer Erfolg. Und am Ende die Wetteraussichten. Wien, das neue Wohnservice der Stadt Wien, bei dem sich Bürgerinnen und Bürger anmelden können, die eine Wohnung suchen. Nummer 8 Achtung! Eine Geisterfahrerwarnung für unsere Autofahrer auf der A22 Donauuferautobahn. Zwischen Stockerau und Wien kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Bitte bleiben Sie in beiden Fahrtrichtungen rechts und überholen Sie nicht. Auf der A1 Westautobahn Fahrtrichtung Salzburg zwischen Forchdorf und Steirermüll befinden sich Kühe auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Die A2 Südautobahn Fahrtrichtung Wien ist nach einem Unfall bei Schäffern gesperrt. Zurzeit 6 Kilometer Stau. Nummer 9 Sie sind häufig müde? Vielleicht fehlen Ihnen Vitamine. Jetzt neu! Vitafix mit den wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen für Ihre Gesundheit. Nicht zu vergleichen mit Produkten aus dem Supermarkt. Als praktische Tabletten oder als erfrischender Saft mit Kirschgeschmack. Mit Vitafix fühlen Sie sich wieder fit. Vitafix erhalten Sie nicht nur in Apotheken, sondern auch in Drogerien. Probieren Sie jetzt Vitafix zum Sonderpreis. Ende von Teil 2 Hören Teil 3 Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, grüß Gott. Ist hier das Fundamt? Guten Tag, grüß Gott, meine Frau. Ja, Sie sind hier im Fundamt. Womit kann ich dienen? Ich war heute in der Stadt und zwar beim Postamt, weil ich ein Packerl abholen wollte. Hm, beim Postamt am Residenzplatz nehme ich an. Ja, genau. Ich bin mit dem Auto in die Stadt gefahren, wissen Sie? Und den Schlüssel habe ich wie immer in meine Handtasche gegeben. In Ihre Handtasche, Gnei, Frau? Ja, vom Postamt bin ich direkt zu meinem Auto zurückgegangen und da habe ich gemerkt, dass mein Autoschlüssel weg ist. Wo genau haben Sie denn das Auto geparkt? Gar nicht weit vom Postamt entfernt. Ich weiß nicht, wie das hat passieren können. Ist denn bei Ihnen vielleicht ein Schlüssel abgegeben worden? Tut mir leid, bisher noch nicht. Aber füllen Sie doch dieses Formular aus. Nummer 10 und 11 Guten Tag, Herr Brunner. Aha, guten Tag, Frau Eder. Schön, Sie wieder einmal zu sehen. Waren Sie im Urlaub in den letzten Wochen? Es war so ruhig im Haus. Da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, ich glaube, die Familie Brunner ist fort. Ja, wir haben zwei Wochen Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Ich hatte nicht allen Nachbarn Bescheid gesagt. Auf dem Bauernhof? Das ist ja spannend. Das hat dem Buben bestimmt gefallen, oder? Ja, es war wunderbar. Den ganzen Tag konnten Sie draußen spielen und toben. Das war nicht so wie hier in der Stadt. Ja, das glaube ich. Sagen Sie, könnten Sie mir vielleicht die Adresse geben? Meine Schwester und Ihre Familie, die wollen auch mal so gerne raus aufs Land zum Urlaub. Da würde ich ihr den Tipp gerne weitergeben. Ja, aber natürlich. Ich komme gleich am Abend vorbei. Nummer 12 und 13 Grüß Gott, Herr Huber. Kommen Sie doch bitte weiter. Ja, vielen Dank, Frau Winkler. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ein paar Minuten zu spät bin. Der Bus war leider nicht pünktlich. Schon recht, Herr Huber. Das macht nichts. Wie geht's Ihnen denn? Ja, also wissen Sie, leider nicht so gut. Ich habe jetzt schon so viele Bewerbungen geschrieben, aber immer noch keine Stelle gefunden. Mir fehlen einfach die Computerkenntnisse. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Und zwar können Sie einen Computerkurs machen. Die Kosten übernehmen wir vom Arbeitsmarktservice. Ach, das ist ja super. Und das kostet für mich gar nichts? Nein, nichts. Und wie lange dauert so ein Kurs? Der dauert zwei Wochen und Sie lernen das Wichtigste rund um den Computer. Dann haben Sie ganz sicher viel bessere Chancen. Sehen Sie, ohne Computer geht heute halt wirklich fast nichts mehr. Das hört sich ja gut an. Nummer 14 und 15 Ah, Frau Hartl, kommen Sie doch bitte rein. Sie sind ja überpünktlich. Ja, Herr Kraus. Es hat sich ja sehr wichtig angehört. Hat meine Tochter Claudia etwa Probleme in der Schule? Davon weiß ich ja gar nichts. Nein, nein, Frau Hartl, es gibt gar keine Probleme. Im Gegenteil. Na, dann ist ja gut. Was gibt es denn dann? Frau Hartl, Ihre Tochter ist ja sehr gut in Chemie. Und im nächsten Monat findet in Österreich ein Wettbewerb statt. Eine Chemie-Olympiade. Aha. Und es wäre meiner Meinung nach ganz wunderbar, wenn Claudia für unsere Schule daran teilnehmen könnte. Aber der Wettbewerb ist nicht hier in Salzburg, sondern in Wien. Und da wollte ich fragen, können Sie sich vorstellen, mit Claudia für ein Wochenende nach Wien zu dem Wettbewerb zu fahren? Ja, das klingt wirklich verlockend. Nummer 16 und 17 Ah, grüß Gott, Herr Fuchs. Schön, dass ich Sie hier treffe. Grüß Sie, Frau Schuster. Was gibt es denn? Sie haben ja in Ihrer Wohnung eine Gastherme. Ja, und die funktioniert auch sehr gut. Das ist schön. Aber trotzdem muss nächste Woche der Installateur die Therme überprüfen. Sie wissen das ja noch nicht, weil Sie erst drei Monate hier wohnen. Aber die Heizung muss einmal im Jahr geprüft werden. Das ist Vorschrift. Oh, an welchem Tag kommt der Installateur denn? Ich habe mit ihm schon Dienstag in der Früh um 8 Uhr vereinbart. Würde Ihnen das denn passen? Sonst können Sie den Schlüssel vielleicht einem Nachbarn geben. Wenn der Installateur noch einmal kommen muss, würde es nämlich sehr teuer. Hm, das möchte ich natürlich nicht. Wissen Sie was? Ich nehme mir am Dienstag frei. Dann passt das auf jeden Fall. Ich habe eh noch ein paar Urlaubstagen. Ende von Teil 3 Hören Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Beispiel Ich gehe für mein Leben gern am Wochenende im Brater laufen. Mindestens 30 Minuten müssen es schon sein. Am liebsten laufe ich schon zeitig in der Früh, wenn noch nicht viele Leute unterwegs sind. Ehrlich gesagt, wenn jeder ein bisschen Sport machen würde, wären die Leute auch nicht dauernd verkühlt. Meine Bekannten und Freunde haben ständig eine Verkühlung. Aber die bewegen sich ja auch nicht. Ich dagegen bin praktisch nie krank. Ich finde, Sport ist die beste Medizin. Nummer 18 Seit über 30 Jahren arbeite ich jetzt als praktischer Arzt. Und es stimmt schon, die Leute bewegen sich immer weniger. Aber ich kann trotzdem nicht sagen, dass viel Bewegung immer gut ist. Oft kommen auch Patienten in meine Ordination, die haben sich einfach übernommen. Erst haben sie jahrelang gar keinen Sport betrieben und dann plötzlich jeden Tag. Das geht natürlich nicht. Der Körper ist dann völlig überlastet. Das kann für einzelne Patienten sogar gefährlich werden. Man sollte es also nicht übertreiben. So viel Sport ist auch nicht gesund. Ich habe erst mit dem Sport angefangen, als ich 50 geworden bin. Warum? Alleine hätte ich das nie gemacht. Aber in der Gruppe ist es super. Nummer 20 Ja, vor ein paar Jahren, da habe ich fast jeden Tag gesportelt. Ich bin joggen gegangen, war oft schwimmen und jetzt, jetzt arbeite ich in meinem Traumjob und es ist wirklich alles optimal. Aber ich weiß wirklich nicht, wann ich jetzt noch Sport betreiben sollte. Vielen Kollegen und vielen Kollegen und auch Freunden geht es übrigens genauso. Man hat einfach zu viel zu tun mit der Arbeit und wenn man mal nicht arbeitet, will einen ja auch die Familie mal sehen. So ist das jetzt halt. Aber vielleicht habe ich doch irgendwann wieder mehr Zeit für Sport. Ende des Subtests hören Genau Vielen Dank. Vielen Dank.